Wir sind die drei Könige aus dem Morgenland. Wir folgten einem hellen Stern, der hoch am Himmel stand. Wir fuhren übers weite Meer in die Welt hinaus. Ein Stern, der führte uns hierher genau in euer Haus. Wir bringen den Weihnachtssegen, der euch begleitet auf allen Wegen. Die Friedensbotschaft und unser Handeln kann vieles zum Guten verwandeln. Um Probleme zu lösen in dieser Welt, ist Zusammenhalten das, was zählt. Die Spenden, die sie geben, verhelfen Menschen zu würdigen Leben. Wir loben den Herrn, wir preisen ihn. Wer war seine Botschaft im Herzen drin? Er segnet das Haus für alle Zeit. Wer war, hat euch bei jedem Leid. Gesundheit und Frieden im neuen Jahr, das wünscht euch eigentlich die Sternsinger Schar. Und ich bin dann der Gluten und Frieden im Schnauze. Ich bin dann der Gluten. Ich bin dann der Gluten, die erzeugung des Messलäts, die es du mitgeschrieben ist. Und ich bin dann der Gluten.